Hallo, wir sind Tom und Ella. Wir sind zwei fotografie verrückte Weltenbummler, die ihr Herz an Griechenland verloren haben. In unserem Fotoworkshop möchten wir dir zeigen, wie du deine schönsten Momente und Abenteuer in Bildern festhalten kannst. Wir haben unseren Fotoworkshop für dich praktisch und verständlich aufgebaut, so dass du in kürzester Zeit schon richtig gute Bilder machen kannst. Alles was du dafür brauchst, ist natürlich deine Kamera, eine ordentliche Portion Leidenschaft und viel Spaß beim Fotografieren. Wenn auch du großartige Bilder machen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du bei unserem Fotoworkshop dabei bist.